Heute zeige ich euch das Raumschiff Razor Quest von Mod Bricks und warum es viel besser ist als das Lego Modell. Da meine Besatzung. Die Türen sind aufklappbar. Das Cockpit ist nur ein Sitzer, aber man kann es mit ein wenig Mühe zu zwei Sitze umbauen. Die Sitze sind ja schon da, bloß da hat der Kopf keinen Platz. So sieht die Tür geschlossen aus. Im Weiten macht schon einen guten Eindruck. Die Beine sind ein bisschen instabil. Ich glaube die müssen nicht andersrum, dass das vorne ist. Aber diese Knickgelenke, die halten das Gewicht schlecht. Das geht auch schnell ab, dass man an zwei Noppen. Da hätte ich mir doch was besseres gewünscht. Ich habe mit Glasbausteinen runter gebaut. Drei Bausteine her. Normalerweise müsste es ein bisschen weniger sein, damit der andere Fuß im Boden ist. Das Innenleben. Da sieht man sich Behälter. Da ist der Waffenständer hier hinten. Das ist die Verstrebung aus Liftarm für die Flügel. Da hinten das Orangene, das ist das Bett. Da geht auch eine Leiter hoch. Den grauen Stab, das ist eine Leiter. Da geht es dann zum Cockpit. Und das müsste zum Eingefrieren der Gefangenen sein. Groß genug wäre es, man könnte noch den Zwischenboden einziehen. Das ist ziemlich hoch, die Decke. An sich wirkt das viel realistischer als wie das, was Lego da auf den Markt wirft. Es ist natürlich kein Spielmodell. Mit seinen 1389 Teilen ist es natürlich ziemlich schwierig zu bauen. Für Kleinkind auch durch die Platten. Mir fehlt hier ein Teil. Dieses Teil hier war nicht dabei. Ansonsten waren alle Teile da. Von oben. Ein Haufen Platten hier. Platten, 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 Platten. Aber bringt eine schöne Optik. Die Turbinen sind riesig. Ich hätte es vielleicht noch noch ein bisschen länger gerne gehabt. Ich glaube die sehen im Original ein bisschen länger aus. Ja und das ist sie. Die Razor Quest. Oder wie sie jetzt bei Lego heißt. Bounty Hunter Ship. Ich habe noch mal das Cockpit. Da sind auch zwei bedruckte Teile drin. Ah, sieh da kann man nochmal von oben rein gucken. Waffenständer. Weiter nach unten. Ach, Schärfe. Und da zum eingefrieren der Beute. Ein Garbonit. Plus das stört halt hier hinten diese Liftarme. Der berühmte Hebel. nochmal Frontansicht. Und damit verabschiede ich mich.